... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Nie das verreistige Treude unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die... Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller. Geben Sie mir Koller. Koller. Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Fortsch aufhängen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Verreiter. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der wollte ich. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, sind Sie unabdecklich. Jupp, Jupp, Digg, Digg, Jupp. Jupp, 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 Jupp. Jupp, 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 Jupp. Jupp, 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 Jupp. Jupp, 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 Jupp. Jupp, 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 Jupp.